so und da sind wir dabei der forest ich bin hier irgendwie oben auf das teil hier drauf gekommen und ich brenne nein ich hol grad nur mal die letzten typen hier verbrennen die ja er ist nicht ganz in feuer geflogen kannst du mal kurz gucken ich glaub das boot ist fertig oder nico warte zu suchen he Ah, ein Knochen fehlt noch. Mir auch. Da habe ich Heftrüstung. Ja, ich habe meine Rüstung komplett voll. Plus 5 extra. Oh, boah, auch nicht schlecht. Ja, habe ich doch immer. Da liegen noch zwei im Wasser, zwei Holzstämme. Warte mal, vielleicht bekomme ich die jetzt nicht mehr. Ne. Äh, was wollte ich noch tun? Belauntes, jetzt bekommen wir eigentlich. Einen habe ich. Warte mal, ich gucke jetzt mal, ob der eins voll ist. Also ich kaufe das vor, dass sie auch voll. Ja, ist voll, komplett. Gut. Ähm, sollen wir das so rüberbringen oder noch weitere Behälter? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich kann ja erst mal ein paar hinmachen. Noch. Ja, möglichst so, dass halt der mittlere Gang noch frei ist, dass man da durchkommt. Sehr gut. Ja. Ja, kannst du da noch ein hinmachen, wo du gerade hinguckst, gewesen? Ja, da hin. Und die größeren natürlich, ne? Ja. Ja, mach drin, ob ich hier hin. Ich hole in der Zeit hier auch noch ein bisschen was an Holz. Ich habe gar keine Stöcke. Hast du welche? Ja, ja, habe ich noch. Oder sechs Stück. Habt ihr das herumliegende Holz denn auch schon aufgesammelt, das da noch herumliegt? Meinst du jetzt im Wasser oder auf dem Land? Auf dem Land. Ja, weil das geht nicht eigentlich schon. Also ich sehe jetzt hier nichts mehr. Weil sonst de-spawn das ja, falls wir dann ausmachen. Ja. Ah ja, hier liegt noch ein bisschen. Warte, ich hole das mal. So. So. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viel Folgen wir schon aufgenommen haben. Ich glaube, fünf oder so. Ja. So um den Drehs auf dem Stück, glaube ich. Weißt du, ist hier über die sechs jetzt hier? Pff, keine Ahnung. Ich hole noch ein paar Stöcke. Ja. Kannst du ja schon mal dann zwei Holz wieder mitnehmen. Und dann, ja. Soll eigentlich das meiste weg sein. Wenn man hier in das Haus reinkommt, denkt man sich halt einfach nur, ähm, warum sind denn da so viele Vogelteile? Ja, aber nicht, wenn man reinkommt, wenn man so von draußen anguckt. Das hat ja noch nicht mal alle Wände voll. Noch vier Stöcke. Jo, hab ich. Okay, gut. Dann passt das doch so. Ja. Fällt mir ein, warum mach ich das nicht gleich auf die schlauere Art und Weise. So, hier schaffst du diese Sprung hier irgendwie nicht. Ich hab mich das eben gemacht. Okay, auf die alte Art und Weise. Wer braucht schon Aufzüge? Komm ich einfach so hin. So, ein Vogelhäuschen ist schon mal fertig hier. So, das Ding ist jetzt auch voll, ne? Ja, gleich. Und jetzt noch zwei und dann... Ich hab noch ganz viele Klaugier-Samen, Aloe Vera, Kornschlauer... Ja, komm ich jetzt noch. Ja, das ist wieder voll. Sollen wir das Holz dann direkt zu dem Leuchtturm bringen oder... Weil du meinest ja noch vorher noch zu so einem anderen Haus? Äh, hier vorne meins hier oben, dass wir das fertig haben, das könnten wir auffällig machen. Muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Okay, also fahren wir damit erstmal zum Leuchtturm. Ja. Ja, okay. Wollen wir das machen? Nico, kommst du? Ja, ich will grad eigentlich nur ein paar Blaubeeren suchen, aber warte. Ja, gut, komm. Ja, ich komme. Ich füll dann noch eben meine Energie auf und dann rutsche ich wieder hinter euch her. Ja. Eure Namen sind grad durch den Himmel geflogen bei mir. Okay. So, warte, ich geh in das andere Ding. Ja, wenn wir gleichzeitig machen, muss man eigentlich nur grad aus. Hör mal kurz auf, wir gehen ein bisschen nach links. Jetzt, warte. Mach du nochmal, langsam jetzt zusammen. Okay. Warte, ich muss wieder. Mal gucken, wo wir sind. Irgendwann ich da. Ich muss noch ein paar Mal, warte. So. Jetzt bei jetzt in der 3. 1, 2, 3. Warte, warte, warte. Warte, warte, ich muss wieder zurückstoßen. Das Seilteil ist bisher das beste Update überhaupt, aber ich glaube, ich klatsche hier grad voll, kann gegen und knallern weg. Siehste, das meinte ich halt. Ja. Ich hab keinen Schaden bekommen. Okay, gut. Müssen wir erstmal ein bisschen zurückstoßen. Oh. Ja. Ja, das war zu weit. Warte, ich hol's wieder. Mir fällt grad ein Problem auf. Ihr wisst, ihr könnt einfach eh drücken, ne? Stimmt, ja. Ja, egal, so steht's ja auch. Mir fällt aber grad ein Problem auf, wenn wir das alles da hochbringen zu dieser einen Plattform, wo man dann noch höher könnte, um das dann wieder runterzuholen, äh, dann können wir damit nicht noch höher mit dem Holz. Hm, okay. Also dann müsste ich wohl... Ach, da hab ich eh gedrückt. Ich hol eben wieder. So. Nein. Okay, hab ich auch die Maske auf? Ja. Das sieht aus. Oh Gott, du dir einen Hahn und dann auch... Oh Gott, ja Gott. Nein, das will ich auch nicht. Ich seh hier vor allem nicht mal was. Na, ein Stück kannst du doch. Ich versuche hier grad das... Handsymbol zu kriegen. Das hatte ich hier gerade. Soll ich nach vorne? Ja, wenn du das... Musst nur nach vorne, dann warst du das eigentlich. So, und dann kann ich von der Seite hier wieder. Ja. Geht dort? Ja, das dürfte gehen, ja. Na, ist zwar ein bisschen weiter, aber was geht eigentlich? Ja, es geht. Ich kann das auch noch näher ranbringen. Oh, das ist ne Menge Holz. Oh. Das geht eigentlich, ja. Achso. Also, sobald ich dort oben auf die Plattform komme, das wäre ganz gut. Das ist wieder weg, ne? Echt schon wieder? Du hast das weggestoßen. Warte, ich guck mal, ob ich das stoßen kann von hier. Du musst ja irgendwie von hinten dran, dann gehst du kurz runter und dann erscheint da das E. Ja, ich probier's mal. Weil von unten kriegst du das nicht. Du musst halt wirklich hier hoch. Und dann erscheint das E. Hier. So. Ja, perfekt. Gut. Wir müssen jetzt über den Steg jetzt da drauf. Ja, ist ja egal. Und jetzt? Oh, ist das viel Holz, ey. Könnt ihr die Plattform vielleicht zuerst fertig bauen, damit ich dann von oben den Aufzug wieder runterholen kann? Ja. Achso, ja, okay. Au. Ich glaube, ich baue hier auch nochmal ein Licht rein. Haben wir noch einen zweiten? Das könnte ein Problem sein. Ich habe mich jetzt eingesperrt. Ich baue da gleich ein Seil dran, dann kommst du raus. Oder eine Bank davor, oder so. Ja, Seil reicht eigentlich. Jetzt brauchst du nicht mehr da hoch. Achso. Das habe ich nur gebraucht, damit ich von oben den Aufzug runterholen kann. So, Seil. Das ist ja jetzt drin eingeschwert. Ach, der kommt da gleich raus. Okay, danke. So, und jetzt kann ich von oben drunterholen. Guckt mich an! Das sieht echt, das sieht voll professionell aus. Shit. Da kannst du ja auch hoch. Ja, ich komme ja auch noch raus. Nicht. Ich guck dich mal, ja, genau. Ich glaube, du hast das Boot in ein bisschen weggemacht, oder? Ja. Ich habe nichts gemacht. Warte ich. Echt? Ich meine, ich war ja gerade bei ihm. Okay, gut. Okay. Ähm. Ich guck mal. Das ist natürlich jetzt ungünstig. So. Ist es da wieder, oder nochmal? Nee, passt genauso. Okay. Ach so. Ja, jetzt. Oh. Leuchtet der Felsen da jetzt auch? Ein bisschen. Ein bisschen, ähm. Ein Tanz in das Wort. Ja, genau. Das war Frau und hat mir viele Locks. Hier muss man aufpassen, wenn man das von der richtigen Seite macht, dass man dann auch wieder rauskommt, vernünftig. So, aber jetzt kann man da wohl wieder hoch. Hm. So. Das sieht aus, als wenn der gleich rüberkippt. Soll ich ein bisschen wegstoßen nochmal? Nee, nee. Einfach warten. Einfach ruhig. Was leuchtet denn da hinten so? Okay. Da ist so ein riesiger leuchtender Kreis. Das ist nicht mal eine Sonne oder Mond oder so. Ja, ich sehe das auch. Ich sehe das auch. Was ist das? Das ist wahrscheinlich ein Stern oder so, der leckt. Direkt dort neben? Vielleicht ist das einfach nur ein zweiter Mond, der entsteht. Kann auch sein. So, jetzt gehe ich hoch, mach den nächsten. Jo. Gut ist, das passt hier halt genau. So, hier kommt eine Mauer rum. Hier könnt ihr jetzt dann auch hoch. Ja, Problem wird hier sein. Müssen wir die Dinger hochfahren wahrscheinlich, ja. Ja, wenn ihr Sticks habt, könnten wir hier ein paar Dingens drauf tun. Ich habe leider gar keine. Ich habe sechs Stück. Ach, ich hoffe, das reicht. Ich muss mal ganz kurz Austern suchen. Ja gut, das wird nicht reichen. Ne. Soll ich hier mal welche holen? Können wir machen. Ja. Warte. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob ich hier ins Wasser springen kann. Ja. Nein. Nein, ich bin tot. Okay. Ich bin im Wasser. Tot im Wasser oder im Wasser? Tot im Wasser. Das wäre geil, wenn ich jetzt ertrinken würde. Ich glaube, das wäre nicht geil. Soll ich. Das wäre richtig schön passend. Ähm. Na gut. Ich bin einfach komplett unter Wasser. Wie man dann trotzdem dieses Geräusch hat, dass man was aufgebaut hat. Ja. Ja. Vor allem wenn ich so unter Wasser und atmet einfach noch so. Wäre gut, wenn wir richtig viel Sticks kriegen. Dann baue ich hier gleich zwei drauf. Ich habe ein paar Stücke. Die hier könnten wir erstmal wieder zurück in die anderen Lock Holder rein tun. Ist sicherer. Ja. 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 Ja, aber was anderes kann man nicht sagen. Ja. 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 So warte. Kann man da oben denn jetzt was drauf bauen? Sieht nicht so aus. Ach ich muss einfach mal gucken. Ich sehe dort hinten Gegner. Der hüpft da rum. Kann auch ich sein, ne? Nö, du läufst nicht so komisch. Mit krummen Rücken. Ey, dieser Kreis, ne? Der ist richtig komisch. Was ist das? So, ich habe jetzt zehn Stück wieder. Kann nicht mehr mitnehmen. Zehn Stück? Ich kann 20 nehmen. So, kommt der Gegner hier, oder? Ich komme auch mal rüber und hole ein bisschen mit. Frau. Ich muss mir erst Feier anmachen. So, die Frau. Ja, war nur eine Frau. Könnte gleich mal nach außen tauchen. Gut, es ist aber dunkel. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Ich sehe kaum was. Es ist richtig dunkel. Ich sehe die ganzen Gegner dort. Ich hole mir eben was zu essen und zu trinken und dann hole ich Sticks. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Boah, sobald man hier dann hinkommt zu den ganzen Lichtern, die einen dann abschrecken sollen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe ja gesagt, Alter, Mann! Okay. Ich muss alles noch was zu... Alright, okay. Alright, okay. Yo. Yeah. Boah, wie lahm schlägt der denn? Der trifft nicht mal. Köpf die Schildkröte. Ich bring die, ähm, Stöcke nochmal nach da hinten. Ja, und dann hole ich auch nochmal eben welche. Ich finde gar keine Auszahn. So cool. Direkt unterm Boot. Da gibt genug. Ach, jetzt habe ich hier leider nicht das Aufbauwerkzeug. Reparaturwerkzeug. Es werden genau drei Sticks fehlen. Drei Stück? Ja. Weil ich kann nur 20 mitnehmen. Ah, jetzt... Okay, dann komme ich auch. So. Ich habe 20. Mit zwei Zehner. Und bin offen wie ich. und da kommt jemand fällt mir ein warum sollte ich jetzt den ganzen weg dorthin zurück schwimmen wenn ich einfach dort oben wieder runterrutschen könnte das stimmt oh mein gott hätte ich auch machen können dazu haben einfach die ganze zeit die fähigkeit wir nutzen das nicht okay ich bin jetzt nicht so oft hier hin und zurückgegangen ok ich komme auch wieder zurück langsam schon relativ gut aus wie der name da so umschwebt so drei fehlen aber wir können ja schon ein bisschen holz da rein tun ja ich bin auf dem weg wie cool muss das denn sein wenn du da so eine riesige riesige base hast wo du von allen selten halt darunter rutschen kann so kletterpark so richtig viele verbindungen hat das bestimmt richtig gut so ich komme jetzt auch angerutscht so das ding hier ist voll ach mist und ich komme machen wir das eben gleich noch voll ich bringe das kurz hoch und dann beenden wir die folge dort so diese holz transporter werden aber keinen sinn mehr machen sobald das fertig ist ja vielleicht brauchen wir das ja noch für irgendwas dort oben so zwei noch glaube ich ja noch bringe ich noch gut falls ihr mit hoch kommen wollt könnt ihr jetzt drauf ja so genau drauf beide drauf ich sehe nämlich nicht nach rechts also ihr müsst nur aufpassen dass ihr da nicht reinfällt ja 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 oh man alter schnell das kann sogar reichen oder ne noch nicht ganz ein stück noch ja dann würde ich hier noch höher machen und dann könnte man dort oben drauf und dort ist dann ganz oben ja das wird man ja dann kann man davon wieder zurück rutschen werde ich mal gucken ob das geht bis ganz hinten zu der anderen base das wäre richtig geil so und wenn ihr runter geht wichtig ist dass ihr nicht dort steht wo ihr da gerade steht genau also ihr solltet wirklich hier an der ecke stehen weil sonst seid ihr hier drin gefangen ok ihr seid da drin gefangen so ich bleib dann hier oben ich bleib dann hier oben ja mach das hier ok also eine ding auch fertig wo wir gleich das ganze ding da weil wir machen das ja eh hier wir können das ja eh hier voll machen da haben wir stöckeln ne da also wollt ihr nochmal einmal voll machen und hoch bringen ja da könnte ich auch noch die treppe hin bauen jo da können wir ja auch noch gleich ein luxushaus bauen warum nicht wenn du hier eine insel hast wo noch stöcke und so alles ist dann hast du echt ruhe brauchst du nichts mehr zu machen ja das kriegst du aber nicht hin leider nicht da müssten wir so ein äh äh boot hier halt für stöcke bauen boah ah das prägt dir jetzt auch nicht so viel ne eigentlich nicht aber ist ne eigentlich ganz lustig oh fuck ich habe mir das ding wieder weg gemacht oh nein ich schieb es zurück ich bin hier drin gefangen nein ein glück dass hier halt wirklich keine haie sind sonst würde ich mir gedanken machen ob ich es zurückschiebe ja halt mal im spiel drum spielen müssen wir es zurückschiebt das ist schon voll? ne ok das ist beides voll wenn wir jetzt noch beide zwei in die hand nehmen ja dann nehmen wir beide noch zwei mit dann müsst ihr aber auch die zwei zuerst weg tun so seid ihr drauf warte ich bin noch nicht drauf jetzt ok fertig so und dann tue ich hier jetzt noch ja sollen wir das so noch mal machen noch mal ein ganzes teil oben drüber kannst du noch machen wär glaub ich auch besser das ist sogar perfekt hier drüber ja 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 tatsächlich das würde ich auch so machen das reicht schon wieder nicht komplett ne ja nicht ganz naja muss auch nicht ich bleib da wieder hier oben ich glaube ich verreck gleich ok halt dann hole ich mir eben noch Medizin Medizin hat mir gerade nur ein bisschen was zu essen gegeben ja gut das holz können wir kurz da rein tun damit das nicht gelöscht wird aber dann können wir auch jetzt wieder zurück gehen jetzt wirklich ja und speichern wir können das boot einfach stehen lassen ja ich bin so so ein bisschen so gut ich habe vergessen vor 20 blazes zu sagen ok das sieht schon ganz cool aus gerade ja dann sieht man da einfach nur noch so ein Teil was halt wirklich überhaupt keine verdeckung hat einfach nur so aber das bringt halt voll die ehrfurcht dann und dann packen wir da überall licht hin ja das wird richtig schön so ich habe nur mal eben paar seile geholt obwohl es nur eins war ich brauche gar keine ja nachher für seilbahn vielleicht ja gut wir hätten ja auch bei dem boot speichern können eigentlich doch ich brauche dass ich hier noch ein sei du kannst beim boot speichern wenn du willst wenn du ich komm mit zu euch jetzt noch ein paar austern eigentlich will ich jetzt schon viel lieber hinten bei dem leuchtturm wohnen ja ich hole mir eben noch federn von hier und von hinten und dann haben wir 30 minuten aufgenommen mal gucken wie viel da gelandet ist ich glaube an gebieten wo auch mehr vögel sind da wird wahrscheinlich auch mehr landen aber ich weiß halt immer noch nicht ob das halt wirklich dann nur wenn da ein vogel oben drauf sitzt da was kommt oder einfach so ja keine ahnung und ich gehe schon mal hier zum links hin ja gut ich habe gespeichert ich auch demnächst hast du halt wirklich nur seilbahnen mehr nicht jeder einzelne weg ist eine seilbahn hier sind drei loks im wasser ach ok so abspeichern wo kann ich hier abspeichern so gut gut dann würde ich mal sagen das wärs für diese folge und wir sehen uns in der nächsten folge tschau tschüss 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 Vielen Dank.